Hinter mir steht ein DAF-XG und das ist mein neuer Wegbekleider geworden. Heuer ist eines der weltmarktführenden Unternehmen im Transport von flüssigen und gasförmigen Chemikalien. Wir haben mehr als 41.000 Tankcontainer, wir haben 1800 Zugmaschinen im Einsatz und als Eigenfahrzeuge haben wir ca. 600 Stück im Moment in Betrieb. Das Schöne am Berufskauf fahren ist der ständig tägliche Wechsel, jeden Tag andere Gegenden, andere Länder, interessante Menschen. Also für mich persönlich ist das eigentlich, ich würde jetzt fast sagen der Traumberuf, weil ich gerne unterwegs bin. Sicherheit spielt eine große Rolle bei Heuer und aufgrund dessen haben wir uns unter anderem für DAF entschieden, weil wir sämtliche Assistenzsysteme in den Fahrzeugen verbaut haben. Von dem technischen Stand der Dinge her ist es einfach nur ein Traum. Gerade bei unserer Branche mit Tankcontainern im Einkammerbereich ohne Schwalwand extrem wichtig ist, weil man auch mehr Kontrolle über das Fahrzeug selber hat. Kraftstoffverbrauch ist entscheidend auch für unsere Firma und wir haben einen Test durchgeführt mit allen anderen Konkurrenzunternehmen und DAF hat uns in diesem Test überzeugt bezüglich Verbrauch. Es ist ein Auto auf das man sich verlassen kann, er ist zuverlässig. Er ist für den Fahrer im internationalen Verkehr, von der Räumlichkeit einfach maßgeschneidert. Man hat Platz. Die Fahrer sind sehr zufrieden mit unserer Wahl, weil das Platzangebot in der Fahrzeugkabine und die Ausstattung, die wir gewählt haben, keine Wünsche offen lässt für unser Fahrpersonal. Alle Zahlen, Verbräuche und ähnliches sind nichts, wenn es kein Fahrpersonal gibt. Darum gibt es meiner Meinung nach nichts Wichtigeres als die Fahrerzufriedenheit. Also ich bin ein eingefleischter Andersmarkergefahr gewesen. Ich habe es selber ausprobiert und bei mir hat es knappe 500 Kilometer gedauert und dann war ich von dem Fahrzeug überzeugt. Ich bin der Meinung, der Fahrer sollte sich mit seinem Fahrzeug identifizieren können. Wenn ich mich daneben stellen kann und sagen kann, hier guckt mal, das ist meiner, dann habe ich mich damit identifiziert und damit kann ich auch mit einem guten Gewissen das Auto fahren.